Die Menschen lern an eine Masse, in diesem Masse, die gehen, die Schlechte, die sind, die sind, die sind, die sind, die sind, die da in den Schleibersche. Das ist Mediäern, mit Mediäern sehen sie, die sind mit. Manche Menschen, die in die Kolbenhäuser sind, die sind in einem Film, wo sie nicht kaufen, werden sie nicht aangeheben, werden sie nicht annehmen, werden sie wissen, wo sie nicht nehmen, wo es nicht nehmen wird, wo in der Gegend werden, wo jemand mit Burjuss увер 지en, sie kommen und sie haben Sachen, sie haben Sachen, wo sie wächst, die Beheimnisse, die sie haben, was sie haben. In der Schäufe, das kann helfen von der Zürich, ist das Gideon. Der Maße von Gideon ist auch für längere Maße. Wenn du es schaffst, musst du längere Maße. So geht es auch um das Peirik test. Der Hand ist die Peirik. Das ist das Schulle. Wie ist das Gideon geworden als Schäufe? Das ist heute in der Zürich. Es war sieben Jahre lang. Ich war bejahd mit den Medien. Das heißt, die Medien können machen Zürich. Man sagt, sie können nicht zurückziehen. Und wegen der Zeit, man kann es machen. In den Bergen, in den anderen Plätzen, in den Hureus, in den Tunneln oder in den Marien. Das muss man sich behalten. Wir behalten, was sie offen waren. Wir haben die Medien nicht gekommen. Und die haben sich dann zurückzuschlagen. Wir müssen es behalten. Dann ist es auf der Seite, wenn ich sage, ich bin in der Zürich, und ich sage, ich bin in der Zürich. Und ich sage, ich bin in der Zürich. Ich sage, ich bin in der Zürich. Ich bin in der Zürich. In der Zürich, ich weiß nicht, was geschieht. In der Zürich, ich bin in der Zürich. Ich habe den Grossen von Mitzrayim. Ich habe mich gerettet von Mitzrayim. Ich habe alles, was ich gebe. Er ist in der Zürich. Und ich habe ihm gesagt, eines nach Dienst nicht. Ich habe mich geholfen. Ich habe mich geholfen. Ich habe mich geholfen. Das ist die Masse von Gedein. Jetzt kommt der Mallecht zu Gedein. Ich habe das Mallecht, nicht der Novi. Er kommt auf den Platz, der Tag des Eiluasher bei Afro. Dort ist ein Mensch, Jajosh, wie ich es. Sie sagen, Sie sind in der Gedein. Was ist das Gedein, wenn der Mallecht hemmt? Es ist häufig ein Rettung bei Gass. Es schlugt die Rettung. Man darf arbeiten auf die Rettung. Das ist in der Weine. Ich weiß nicht, dass wir uns nicht drücken. Aber bald, Median, was ist du offen? Ich habe gesagt, dass er sich mitbehalten. Du wartet auf die Zürich, was ist gewonnen. Dann kommt der Mallecht, und sagt, ich habe mich geholfen, wenn du das Gedein sagst, ich habe mich geholfen. Ich gehe da und gucke auf die Eiluasher. ja, wie ist das Gedein? Wie ist das Gedein? Gedein, ich habe mich geholfen. da habe ich das mit uns. Wie sind alle in der Fluss, was ich jetzt gehört von der Mallecht, von der Novi. Aber wie? Ich habe mich geholfen, wie ist das Gedein? Das ist alles Gedein. Wie sind alle in der Fluss, bis der Wald, sind du Intermedien? Einfach, wenn der Mallecht, sagt er, ich habe mich geholfen, wo ich schaue, wo ich das Romadim in der Kirche. Jetzt gebe ich dir die Kirche, die Gedein ist, dass ich mich geholfen habe, dass ich mich geholfen habe, und ich habe mich geholfen. Ich schick dich. Und wo ist das Gedein? Also wir alle in der Viem, so wie der Mallecht, ich habe mich geholfen, bei mir ist das Gedein. Ich bin etwas, ich bin Alpi Adalp, in der Alpi meint meine Gruppe, meine Kwieze, was wollten gehen, die kommen, also der Kleinsteste für Mennasche. Ich bin noch nicht, ich habe mich geholfen, aber in Mennasche, in der Boutea, was tun Mennasche, bin ich der Kleinsteste. Und wo ist einfach, in der Eibestrasse, ich habe mich geholfen, weil ich immer, du bist der Kleinsteste, nicht in der Betanen, da geht es, bis kleiner oder größer, und ich habe mich geholfen, ich habe mich geholfen, als die Reizmann, die ich habe, ich habe mich geholfen, ich habe mich geholfen, das ist der erste Euss, und ich habe nur drei Euss, das geht um den Betanen, und der erste Euss ist gewesen, als ich sage, ich werde dich jetzt bringen, nach Korben, warte du, bei dem Mallecht, warte du, bis ich alles bringen, und ich sage, ja, ich warte, ich werde ihn nach Hause, und ich bringe die Isen, wenn ich ein Fisk komme, in der Busse, mit ein bisschen Zips, als der Wasser, was wir kochen in der Busse, und ich habe mich geholfen, und der Mallecht sucht, im Leich ist alles auf der Säler, er gießt aus dem Murak, auf den Säler, und der Mallecht schickt, steckt es an Ozan, steckt es an den Stecken, die ist in den Stein, und die ganze Sache fliegt er auf, in der Mallecht ist noch ein Nelem geworden, wenn wir die selbe Feuer haben, und der Mallecht wird verloren, so wie wir sehen, in der Parche ist es schwierig, was wollen wir sich verloren, weil kein Ruhi ist im Mallecht, Hashem, und in der Mallecht schickt ihm noch ein Messer, wenn ich Hashem schulem nach Hause, dann sage ich nicht, dass ich dich mit dem Mallecht, in der Mallecht, und ich sage, wie man sieht, als Galle ist Bop, in der Mallecht, und der Mallecht schickt ihm, Hashem schulem, und der Parche ist noch dort, und wir können es noch sehen, wo es aufruh, wie es ist. Jetzt ist noch ein Geländ, als die neue, die kommen in der Mallecht, die gehen noch auf der Säler, und du siehst, wie ein Gallecht, in der Gallecht öffnet, die noch auf der Säler, und der Mallecht schickt ihm, die Mallecht noch ein Gallecht, und der zweite Parche, das ist die Mallecht, das ist die Mallecht, der dritte Parche, und der Mallecht schickt ihm, das entgegen, und der Schicht, das Heilige Paar, wie man sagt. Und, geändert werden, in der Freie wecken auf den Menschen, und die schickt ihm, und der Mallecht, dass er in der Gagecht, in seinem Migdash, und der comparing der Menschen, und der Säler, mit dem Gottesgabe, und der Säler, mit dem Gottesgabe, und die schickt ihm, und die schickt ihm, und als er in den Schadenope, als er in den Schwitten, sequende die Menschen auf der Erde, und das ist, wenn er in den Musik hervorgeholt. Und in dem Gottesgabe, älte sich ein Gallecht, und sagte, Gott, Sie hat den Menschen gesagt, dass der Feuer von den Barsch schlugt. Die Menschen hat sich selbst gesagt, dass der Barsch schlugt. Aber sie haben sich selbst gesagt, sie schlucht sich mit dem Barsch. Das ist es, auch die größere Sache. Gleichzeitig ist sie die zweite Sache, dass sie ein paar beiden Energien hatten. Wir sehen uns wie die Barsch sind die Ask-Achimel-Achimel-Achimel, dass wir Sagendiag das Barsch war. Die drei Gruppen gefallen sich, alle zusammengekommen sind, da leben sie sich, Und der Mann hat gesagt, dass er sich in seiner Sache und er hat einen Mist. Und es kommt richtig, dass Hashem in der Gäste erinnert, er rief zusammen, er nimmt den Schäufer, die ganzen Wieser, die ganzen Sprachen, die ganzen Menasche, die ganzen Willen, Usher, Naftuli, er nimmt sie alle zusammen und er hat sich leuchtet mit dem Medien. Bei der Fall ist es noch alles nicht sicher, dass er sich mit dem, um noch zwei Äußer zum nächsten Mal, weil es ist gelungen. Ich sagte, ich bitte, euch geht leid in Gizu, heißt Zimmer in der Gäuere. Ich will, dass ich so ein Teil nur auf der Gizu auf der ganzen Erde zusammenbrechen. Und dann habe ich es gemacht, das so ein Teil ist, und es kommt dann nur auf der Gizu und nicht auf der Gäuere, weißt du. Jetzt habe ich nicht gewöhnen, er sagt, morgen noch einmal, ich will nicht schleun, ich habe etwas Speise auf mir, ich will noch einmal, noch ein Aus, ich will dann sagen, dass ich es nicht geht, er sagt, es ist ein Teil, du, bei der Gizu ist zusammenbrechen, und der ganze Sude ist zusammenbrechen. Also ich habe gewöhnen, und morgen kann ich es lernen, bis zum nächsten Mal, komm, wir gewöhnen.